ARD Text im Auftrag des ZDF Hier kommt ne Granate! Ihr habt das Geld nehmen! Leute, holt euch das Geld aus Ihren Trisor! Oh, wer hört sich das? Wurde Geld fallen gelassen! Nehmt es euch! Nehmt das Geld auf! Wieder einer am Boden! Los, los, los! Nehmt euch die Kohle aus dem Trisor! Werfen die Granate! Pech! Da ist einer am Zugdepot! Achtung! Okay! Mensch, nicht so nix! Ach, Scheiße! Ich brauche dringend ein Medi-Cat! Da ist einer am Zugdepot! Ich brauche dringend! Ich brauche dringend! Ich brauche dringend! Ich brauche dringend! Ups! Überraschung! Er hat doch gar nichts! Ich brauche dringend! Nein! Ich brauche dringend! Ja! Wir sind der Medi-Cat! Der Besor wird immer voller. Da, ein Medikin. Da ist einer, das Zug geht hoch. Sieht ganz knappe Transport-Häti aus. Mit ihr sollte man sich lieber legen. Hier ist der Kopf. Nehmt euch diesen Kommando-Truck vor. Achtung, das ist der Kommando-Truck der Bullen. Holt euch das Geld aus dem Besor. Wir gehen runter. Da ist aber ein Truck-Teller. Da, ein Medikin. Bleibt euch die Kohle aus dem Besor! Habt einen! So, Medikin! Scheiße, der ist tot! Hey! Nehmt euch die Kohle aus dem Besor! Was? Ding da? Die greifen unser Tresor an, verdammt! Jemand hat unseren Tresor ausgerollt! Oh Mann! Hab einen festgenagelt! Ich öffne die Granate! Hier! Hier! Medikin! Ah! Die! Ich bin ein Medikin! Die! 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 Das ist der Kommando und schmackt er wohl! Da! Ein Medi-Kit! Da liegt Geld auf dem Boden! Da ist einer am Flugzeuge! Oh Mann! Poser ohne Ende! Medi-Kit! Jetzt doch mal jemand die Kohle auf! Ich hab einen! Oh Mann! Einer von uns ist am Boden! Da ist einer am Flugdepot! Da drüben ist einer am Flugdepot! Aber ein verdächtiges Gesichter! Medi-Kit! Klaut diesen Schweinen das Geld! Weiter! Die nehmen sich unser Tresor vor! Die haben den Tresor leer gemacht! Die Kops dürfen nicht an den Tresor! Die rauben unseren Tresor aus! Verdammte Scheiße! Die haben unseren Tresor ausgeräumt! Verdammte Scheiße! Die haben unseren Tresor ausgeräumt! Hey! Der ist am Boden! Medi-Kit! Da! Da hat jemand Geld verloren! Da hat jemand Geld verloren! Ja! Ja! Hey! Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! So! Und noch mehr Cola auf dem Konto! Kannst du mich nicht befehalten! Au-ohoah! Der hengst! Los jetzt, komm! Genau so, da ist doch bestimmt noch mehr. Na toi! Na die voyez, Klappe! Oh, scheiße! Hier kommt ein Medi-Kit! Hilf mal einer, die Kunde auf! So, ich hab das! Ich hab's ja Lust zum Übergang gepumpt! Wir müssen diesen verdammten Tresor füllen! Bewegung! Geht rein in den Tresor und holt euch die Kohle! Hey, nicht so schnell! Wir haben noch einen Verloren! Werfen eine Granate! Werfen eine Granate! Niemand hat Geld fallen lassen! Zack! Die Bullen dürfen auf gar keinen Fall an den Tresor! Ich hängfe hin! Hilfe! Hilfe! Ich will, dass der Tresor rampfvoll ist! Meine Leute, die gehen unter! Machen wir diese Arschlöcher platt! Hilfe bei ihr, was hier! Medi-Kit! Beidek! Dann ARD Text im Auftrag von Funk